Ich muss eine größere Entfernung schießen. Spiel, was soll der Scheiß? Was? Aus welcher Entfernung soll ich denn da bitte schon schießen? What? Was hältst du jetzt einfach nicht auf? Nein, ich stand da so weit wie möglich weg. Weiter als maximal weit weg kann ich mich nicht hinstellen. Da, fuck. Wie soll ich mich da wegstellen, bitteschön, liebes Spiel? Also, liebe Entwickler, wie habt ihr euch das jetzt schon vorgestellt? Ich habe natürlich schon beide mitgenommen, was ich gar nicht wollte. Ja, toll. Nein, es kommt von hinten noch mehr. Das ist einfach zu viel. Können wir irgendwas anderes hingehen? Ich gehe mal nochmal nach rechts. Sehe ich da noch irgendwas interessantes? Nee, so gar nicht. Last Eight. Ist natürlich auch schwer zu sagen. Warte mal kurz. Ach so, das funktioniert ja nicht. Ach, komm. Ich hätte einen zweiten Teil. Ich hätte doch lieber eine Wahl machen sollen. Gut, das ist das Spiel. Na, wobei die neuen Remakes-Auflagen, wie auch immer, werden wahrscheinlich nicht so hart sein. Wobei... Nein, ich glaube nicht. Nein, ich habe den Key nicht mitgenommen. Ja, toll. Jetzt brauche ich wieder First Aid. Ach, komm schon. So, ich könnte natürlich ein Leben kaufen, aber ich brauche das Geld ja auch mal, endlich eine bessere Waffe zu kaufen. Weil diese Kack-Waffe hier nichts auffällt. Nichts. Nichts hält die auf. Schufe 2 am Arsch. Was kaufe ich da überhaupt? Ah, richtig. Ich wollte ja noch Dings noch mal austesten. Egal. Vielleicht bringt die ja mehr. Vielleicht bringt der Level 3 tatsächlich was. Ah, Level 3. Drückt tatsächlich etwas härter im Gesicht. Ich frage mich immer noch, wie ich... Doch, Level 3. Ich glaube, Level 3 kaufen war eine gute Idee. Vielleicht. Ich weiß noch nicht so genau. Ich fahre natürlich nichts, wenn ich die Gegner praktisch keine Zeit habe, auf sie zu schießen, weil sie instantan irgendwie drin sind. Sie trotzdem nicht sterben. Ich fühle mich fast. Ey, na, stepp auch. Die Stufe 3 macht schon mehr Schaden als Stufe 2, aber noch nicht genug. Ich müsste mir auch Leben kaufen. Ich müsste mir den dicken Raketenwerfer kaufen. Vielleicht taucht der ja was. Homing-Missiles wäre schon, glaube ich, sportlich. Ich glaube, 1 oder 2 war ja noch nicht so prickelnd. Ich habe nochmal Ammo mitgenommen. Läuft der Stream denn flüssig? Mal so gefragt. Ist am X noch da, kann ich mir mal sagen, ob der Stream flüssig läuft. Sonst noch wer da, die mir sagen können, ob der Stream flüssig läuft. Was, 50 Sekunden? Ich höre das doch nicht. Ich bin alles überstattet. Von Feuer meines gewaltigen Level 2-Gewehrs. Das einfach mal Level 2 scheiße ist. Nein. Fick dich doch. Können wir nicht wieder nach oben fahren? Na komm, hilf mich gleich. Na komm schon. Wie willst du die killen? Nein, klar, du kannst weglaufen. Aber dann triffst du sie nicht. Wir hoffen, dass du sie despawnst und dann neu spawnen lässt. Ach, tschüss. Ja, entweder sie spawnen halt gut oder du bist tot, ne? Hier läuft gar nichts. Das ist mehr so ein Durchfall, was hier läuft. Ist auch flüssig, aber halt irgendwie scheiße. Nichts, dass kann man die Power-Ups nicht kaputt schießen. Sterbt doch, wenn ich auf euch schieße. Nein, nein. Andere Waffe. Irgendwas, was richtig stark ist und im Gesicht drückt. Aber so richtig im Gesicht drückt. Nicht nur so ein bisschen, sondern... ...nur so maximal. ...nein. Im Prinzip müsste ich nochmal zurücklaufen, bevor ich... ...neee, ich brauche kein First Aid. Ich brauche Geld oder besser Waffe. Natürlich noch mit Zeit-Limit annehmen. Ja, zum Glück können die nicht durch diese Blau... Oh, Alter. Das ist eindeutig zu viel, was hier gespawnt wird. Nein, nicht beide mitnehmen. Ich wollte nur eins. Sie kriegst du halt nicht tot Bevor es dich trifft Ich kann mich nicht umdrehen Spiel Das geht alles nicht Schläge stellen würde ich auch nicht so gerne Dann kommen die nächsten Gas geben plötzlich Ja geil So und wenn ich da durchkomme Muss ich mir immer noch überlegen Wie ich diese weißen Dinger die Schaden machen Egal wie weit ich weg bin Was soll ich das überhaupt machen Ich habe auch keine Ahnung Ich guck mal da lang Das ist da noch irgendwas Ja der Tod ist da Ich meine ich könnte genauso gut einfach so da reinlaufen Weil Damit mache ich ähnlich viel Schaden Es ist ähnlich effizient Wie schnell die einfach angerannt kommen Ach komm schon Geht gar nix Null Gibt es halt sonst Ich glaube du hast gar nicht mal Speedruns Ne Ah Oder halt komplett random Ist wo die Gegner auch spawnen und alles Wenn du diese scheiß Gegner auch nicht tot bekommst Was ist denn da noch Hm Danke wenn ich's spielen Oh Tod Ich brauche permanent First Aid Oh ja Schick noch mehr in den Raum Komm mal angerannt Und Berühren dich halt innerhalb von Sekunden Bevor du annähernd genug Schaden gemacht hast Um sich Zu töten Ja schau ich glaube ich brauche schon wieder First Aid Ich brauche ständig First Aid Junge Ich will nicht langsam darüber zu gehen Mir als Einzel Am Anfang der Runde zu machen Kannst du mir erzählen dass du das Dass man das damals durchgespielt hat So ohne Cheats Wie gesagt Der mit dem Crack mitgelieferte Cheat zählt nicht ohne Cheats Das ist ja schon Grund warum die früher gerne mal bei den Cracks Cheat mit eingebaut haben Hatte einen guten Grund Wie lange das Vieh mehr so oben jetzt hinterherläuft Nein Na komm es auch noch in zwei Richtungen Aber du kannst nur in eine schießen Und diese Dreckswaffe macht einfach keinen Schaden Und auf Level 3 macht das Ding nicht genug Schaden Muss irgendwas anderes kaufen auf Level 3 Ach geil Ach geil Ich will auch nicht rein Und kill mich einfach Sterb doch mal bevor ihr mich trefft Ich glaube einfach reinlaufen Die Gegner sind einfach am effizientesten Das ist die effizienteste Art zu killen Ja 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 und Nein. Was? Wenn die Dinger explodieren, sterben sie. Und wenn ich dagegen laufe, sterbe ich auch. Was? 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 Aber ich muss doch da lang, oder nicht? Was? 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 Was muss ich hier tun? Was? 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 Spiel? Willst du mir jetzt nicht erzählen, dass ich genug Leben, Energie haben muss, damit ich da einmal komplett durchkomme, oder? Das wirst du mir nicht erzählen. Ich muss nicht irgendwie... Ich nehme jedes Mal zwei Striche Schaden, wenn ich so ein Ding vernichte. Willst du mir jetzt wohl nicht erzählen, dass ich genug Energie oder Extra-Leben haben muss, damit ich da Leben durchkomme, oder? Müssen wir mich verarschen spielen? Offensichtlich ist die Antwort ja. Ach ja. Was? Was? Wie soll das funktionieren, Spiel? Wie hast du dir das vorgestellt, dass das funktionieren soll? Ja, ich muss da hin. Ganz offensichtlich. Müsst du mich jetzt komplett rollen, oder was? Ich schaue mir das mal an ohne Alarm. Wenn ich da hinkomme. Wenn das Spiel mich hinlässt. Ich glaube fast nicht. Das heißt, es ist noch zu, oder? Aber das sind auch schon die Dinger. Hä? Ich glaube, ich brauche erstmal eine komplette Lösung. Hä? Wie soll das denn schon wieder gehen? Was haben die Entwickler denn da wieder gedacht? Scheinbar nicht viel in der Welt. Was will ich erzählen, dass das funktioniert? Was will ich erzählen, dass das funktioniert? So, jetzt erstmal was anderes. Next, 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 next. Das ist keine Waffe, aber okay.